Und ich schon wieder. Das ist jetzt voraussichtlich mein letztes Projekt. Vor Weihnachten noch was. Hab ich auch alles selber gebaut. Hier so ein Elch oder Hirsch. Den hab ich so Blumengeweih als Pflanzen gemacht. Sieht cool aus. Hier den Dannenbaum. Den Baum, den hab ich auch kleiner gemacht. Das war so ein großer, künstlicher. Hab ich jetzt so als Zwerg gemacht. Das sieht dann schöner aus. Weil ich hier dann auch noch mal so eine weiße Fläche mache. Hier den Schlitten selber gebaut. Schöner Sack mit Geschenken drin. Hier hab ich eine Rute gebaut. Geschenke, hier schön Seil, Glocke dran. Rollt halt nicht. Aber zur Nöt könnten wir hier einen Strick dann machen und im Schnee schieben. Geht alles. So, wenn ich noch Glück. Hier kommt noch eine Vordergriffe hin. Die baue ich nachher noch. Oder morgen. Für den Typ hier. Dann schreibe ich dann drauf Tankstelle. So, dann kommt der Baum ein bisschen weiter vor. Also mach ich dann noch mal so ein breites mit Watte hin. Weil ich so gerade bei Iwi beobachte, da hab ich so einen guten Weihnachtsmann. Ne, Schneemann. Der rutscht auf Skiern im Sitzen. Und da würde ich mir dann hier neben dem Weihnachtsmann noch so eine Rampe bauen. Ist ein cooler Typ. Wenn ich den noch ersteigere, bastel ich den noch dazu. Alles kann man ja auch nicht selber bauen. Ne, aber so holzmäßig ist, da hab ich kein Problem damit. Solange ich Material habe. Aber ich muss alles raus jetzt. Ich versteigere alles. Ich brauche Geld. Und ich habe auch keinen Platz in einer Einraumwohnung. Aber der ist noch nicht fertig. Ne, ich habe jetzt bloß erstmal ein Zwischenvideo. Das ist auch jetzt mal, sagen wir mal, mein letztes Projekt. Seitdem ich finde mal wieder was Schönes bei Ebay, was ich noch umgestalten kann, wie das hier. Die Kiste hab ich ja auch gesteigert. Und das andere hab ich ja jetzt alles selber gebaut. Ja. Alles kann man ja auch nicht selber bauen. Also, ich bin ja kein Experte. Das ist alles nur ein Hobby. Computer hab ich ja auch gebaut. Und alles hier. Highend Computer. Jetzt hab ich schon alles ausgeschlachtet. Der hat es schon verkauft. Da werden wir später vielleicht noch mal eine Bar draus bauen. Das ist mit Telefon. Ja. Kann man hier reinmachen. Geht auch alles. Ja. Das richte ich mir irgendwann mal wieder. Ja, jetzt Bar. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich muss Sport machen. Das ist wichtiger. Ich werde nochmal ein Video einmachen. Das letzte Jahr, wo ich Sport gemacht habe, wo ich über 21 kg mehr geworben habe, war mein letztes Video. Heute mache ich gleich noch ein, weil ich gerade mal so ein Video baue. Gerade heute viele Videos drehe und so. Da mache ich das gleich da und dazu. Ja, das war's.